Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf... In der letzten Folge sind wir ja hier gelandet und wir müssen jetzt da hin. Machen wir hier mal ein paar Dinge kaputt. Ich will auch mal den hier nehmen. Ups. Schade, man kann den nicht kaputt hauen. Ist auch egal, so. Das war gerade eine knappe Kiste hier. Also, man soll einfach den Weg hier folgen. In der Zeit können wir hier ein bisschen Sachen aufbauen. Oh. So, komm, 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 komm. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Ist mir gar nicht. Ah, die laufen hinterher und wie so Enten. Okay. Äh. Kommt ein Darth Vader auf einmal her? Hm. Geh weg. Geh weg. Hey, wo dann? Kommen die jetzt auch mal hinterher oder brauchen die immer noch so lange? Okay. Wow. Daun, 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 daun. Dieses Spiel ist so geil, Leute, muss ich einfach sagen. Daun, da müssen wir nicht. Ah, okay. Hier kann ich nicht mehr reden. Äh, hier kann ich nicht mehr ein Dings. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt ein geiles Dings. Ne, wie nennt man das? Stopp. Ach, hier ist schon, was ich meine. Hehehe. Der Arme. Dün, 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 dün. Keine Sorge, Ernst, wir sind gleich weg hier. Geht schon los. Oh nein. Passiert irgendwas? Vorbereiten auf Lichtgeschwindigkeit. Wir kommen immer näher. Ach ja. Aufgepasst. Ich hatte bereits bemerkt, dass der Hyperamt hier verschädigt wurde. Wir können nicht auf Lichtgeschwindigkeit. Na toll, aber wir können sie ausmanövrieren. Ähm, ähm. Okay, cool. Bereit? Ah, jetzt muss ich den Steuern. Was für ein Pumutz? Uh. Boah. Scheiße. Scheiße. Ich seh nix. Hä? Ah. So. Sehen Sie? Ich bringe uns hier raus. Kein Problem. Komm, 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 komm. Hä? Äh, wo sind denn die hier alle? Ja, den hab ich auch. Aua. Äh. Äh. Scheiße. Ich seh die nicht mehr. Ich will hier nicht den ganzen Tag bleiben. Sie müssen diesen Sternzerstörern entkommen. Ja, aber wo soll ich hin? So. Ah. Oh nein. Wir müssen sie davon abhalten, uns zu verfolgen. Also, müssen wir ihren Radarschirm abschießen. Und ihre Türme. Diese Teile haben eine echt große Reichweite. Normale Lasergeschütze können ihnen nichts anhaben. Du musst sie mit einem Protonentorpedo erwischen. Mit einem was? Okay, ich muss so komische Kristalle einsammeln. Kieselt euch doch mal. Achso, das geht ja nicht. So. Okay, okay, okay. Okay, okay. Hier ist so einer. Ja. Daun, daun, daun. So, auch down. Schnell, 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 okay. Junge. Wollen Sie etwa mitten durch ein Asteroidenfeld fliegen? Sie wären verrückt, wenn Sie uns folgen würden. Okay. Oh. Oh. Wie ist das da? Nein, das war nicht mit Absicht. So. So. Boah. Osterien geflogen. Ey. Der steuert nach unten. Sehen wir uns das mal an. Entschuldigen Sie bitte. Wo liegen wir eigentlich? Ich fliege dicht an einem der großen Frachen. Dichter? Na, das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe Sie wissen, was Sie tun. Okay, alles klar. Ich hoffe es auch. Oh. Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ich nehme Kurs aus Dagobar System. aha ok leute das war's mit diesem level wenn es euch gefallen hat das gerne like ab und kommentare schaut außerdem auf mein disco server vorbei ist und in der video scharf verlinkt ich hoffe dieses video hat euch sehr gefallen mir auf jeden fall wenn ihr weitere folgen davon sehen wollte lasst gerne liken da traumhafen tag heute euer santo